So, dann warte ich noch mal kurz ab, bis die Folge vorbei ist und dann ist da nur noch eine Folge der Aufnahme dabei und dann war es das auch. Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft und jetzt baue ich mir noch den restlichen Scheiß, den ich brauche. Den Scheiß brauche ich auf jeden Fall nicht. Oh, den Sand brauche ich nicht. Was ist denn mit Sand? Äh, Sand war natürlich hier hinten. Ach, verdammt. Ich lege mir gleich die Fackel aus der Hand, das geht mir auf den Nerv. Holziges, dann muss auch noch was rein. Und zwar, das kommt da mit dazu, die Stickies behalte ich mal auf Tasche, ich gehe mal kurz schlafen, damit mein Safe Point hier draußen ist, Giffen, achso, ja gut, verstehe. Ich verstehe, warum das da steht, ich brauche, wie brauche ich denn, 27, ne? 27 genau, ich brauche eigentlich nur 17. 17 brauche ich ja bloß. Le Cobble, mit Le Cobble brauchen wir uns dann was zusammen. Das reicht nicht, für 27 Stück brauche ich noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir folgendes. Bäm! Das dort rein. Dann das hier rein. Und dann Holz. Reicht nicht, ich brauche noch ein bisschen Holz. Hab ich kein Holz mehr? Ich hab kein Holz, was ist denn da los? Okay, wir haben mehr Holz mehr, dann muss ich eben nachhelfen. Ach, dieser Bug geht mir auf den Sack. Aber in der nächsten Aufnahme wird das dann hoffentlich weg sein. Den großen will ich nicht fällen. Aber der... Warum ist denn die Axt so lahmarschig? Das war beim alten Timbermott nicht so. Ach, so haut er den ganzen Baum hin weg. Samt seiner ganzen... Aha, interessant. Das ist natürlich höchst interessant, wie die Wiedermott funktioniert. Der alte Timbermott hat mich nur das Holz entfernt und nicht den ganzen Baum. Also... Ja, bloß den Stamm. Aber der haut das ganze... Der haut ja alles weg. Ist bei diesen Megabäumen vielleicht ganz gescheit, aber... Wie viel Holz haben wir? Ist auf jeden Fall ausreichend. Jo, das reicht aus. Was ist denn das jetzt? Es regt mich gerade wirklich auf. Ich versuche gerade ruhig zu bleiben. So, Saatgut. Kann ich schon mal ein bisschen scheiße loswerden? Hab ich jetzt einen Effel bekommen? Nein. Ich kann ja mal gucken, ob ich diesen alten Timbermott wieder finde. Für die aktuelle Version. Aber ich bezweifle es. Ähm... Ja... Ich wollte Holz. Ich wollte... Ich wollte Holz. Ich brauche nur noch... 5 Stück brauche ich. Das ist gut. 1... 2... Man kann doch auch mehrere eigentlich bauen. Ich verstehe nicht, wie das geht. Das sind noch zwei Stück. Dann haben wir genug für die letzte Ebene. So, jetzt können wir uns endlich dann an die ganze Verkabelung wagen. Ich brauche auf jeden Fall einige Repeater. Ich brauche eine Redstone Fackel. Und einen Schalter. Dann für ganz oben. Denn mein Plan ist es, vor dem Schalter eine Fackel zu platzieren. Eine Redstone Fackel. Dass dann die alle hoch gehen. Dass ich den Schalter dann betätige. Dass dann alles ausgeht. Dann... Ich glaube ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin stehen geblieben. Hier oben war ich glaube ich schon fertig. Ich meine nicht zu wissen. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Ich bin dumm. Ich bin dumm bin ich. Mit Doppel H und dreifach O. Nein! Ah! Gerade am Auge gekratzt. Schon verbaut man sich, wenn man nichts mehr sieht. So, wenn das weg ist. Ja, Déjà-vu-Erlebnis. Habe ich alles schon mal gebaut. Ich allein. Ja, stimmt. Mein Partner damals hat ja eigentlich nur, ähm, mir die ganzen Pistons gebaut. Ich habe eigentlich alleine gebaut. Hier unten habe ich alles alleine. Und ich habe den Gravel weggelegt. Ich begreif's nicht. Verpeilt halt. Level. Aber nein. Nein, nicht da rein. Ich bin hier hoch. Obwohl, ich kann gleich hier oben rausgehen. Der Spawner ist immer noch falsch. Ich muss gleich mal was tun. Das geht so nicht. Aber das mache ich dann einfach auf-screen. Da muss ich was tun. Äh, hä? Nein. Ach so. Nein. Ah, verdammt. Komm, renn. Dum 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 dum. So, ich brauche Gravel. Hier habe ich ihn. Kostbaren Gravel. Reicht schon. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche genaue Nachrichten. Reicht schon. Dann geht's mal an die Verkabelung, wann ich brauche auf jeden Fall... Ich rechne mal pro Ebene mit fünf bis zehn Repeatern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall einige. Auf jeden Fall einige. Ich muss ja dann den Strom ja verstärken, dass er bis hoch zum Schalter geht. Und das wird dann mein Problem sein wahrscheinlich. Dass es nicht ausreichen wird. Voll die furiose Musik zum Bauen so. Furios. Immer schneller werden. Komm schon. Komm schon. Mit der Musik. Ich habe keine Hacke mehr, ne? Aber ich habe noch Eisen. Hä? Ist sie hier? Ah, ich weiß, was glaube ich hier ist. Das wird lustig werden. Das wird richtig lustig werden mit den Verkabelungen. Das wird richtig geil werden. Das wird richtig geil. Da unten ist nämlich dann schon unser Aufweg in der Treppe. Das heißt, ich muss da irgendwie mich durchschlawinern. Das ist irgendwie was wird. Aber irgendwie ist gut. Ich glaube, mit der Verkabelung fange ich ganz unten an. Und gehe dann langsam nach oben. Weil ich glaube, sonst wird das wirklich nichts werden, wenn ich das von unten auf mache. Äh, von oben, von nach unten mache. Aber langsam wird es doch schon. Ich habe wahrscheinlich irgendwo eine Seite vergessen. Oder wenn ich noch so viele Pisten übrig habe. Ich brauche... Ich brauche noch eine Pisten. Ja, verdammt. Ich habe auch... Ich habe mich um eins verrechnet. Nein! 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 Ich will da nicht runter. Das grenzt wahrscheinlich an diese Dinger hier an. Grenzt das dann wahrscheinlich. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ich könnte es mit Slaps machen. Dann würde ich zumindest dort rankommen. An die Pistons. Einen engen Pisten brauche ich. Habe ich noch Holz dabei? Ich habe noch Holz dabei. Sehr gut. Ich brauche genau... Einen Redstone. Und ein Crafting Table. Und das brauche ich auch noch einmal. Sonst würde das nämlich nichts werden. Mit dem ganzen Verkabeln. Ich kann ja schon mal das ganze Redstone schon mal... Ich brauche glaube ich Stein für einen Repeater, ne? Keine Ahnung. Wie... Es ist lange her, wo ich einen Repeater gebaut habe. Es ist auf jeden Fall sehr lange her. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich weiß gar nicht, wie lange das wirklich her ist. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen gegangen. Weil ich noch nie so der Redstone-Bastler war. Nein! Nein! Nicht in die Falle rein! Ich habe noch kein Glas mehr. So, die Seite und die Seite. Ja, hier muss ich noch raus. Hier habe ich schon. Und hier auch. Okay, dann bloß noch diese eine Seite. Dann endlich fertig mit dem ganzen Rausgruppe. Und dann kann die Verkabeln auch schon beginnen. Das wird ein mega Spaß. Das wird mega spaßig. Richtig schön lustig wird das werden. Genauso lustig wie wieder Michael. Genauso wie der. Nur noch vier lustiger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wie abgezählt. Ich müsste schon mal mit dem Wasser testen eigentlich. Einen kleinen Testlauf machen. Wir haben ja noch einen Eimer Wasser oben. Und wieder nach oben. Das ist doch nicht der Ernst. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das ganze Redstone mitnehmen. Kies brauche ich jetzt keinen mehr. Ich brauche jetzt bloß noch Redstone und Stein. Das ist das einzige was ich brauche. Das ganze Verkabel wird echt Witz. Also das. Ich bin schon richtig gespannt. Ich habe keinen Bock Lust zu machen. Ohne Mist. Das ganze Redstone. Ich brauche wirklich alles was wir haben mitnehmen. Ich werde alles verbraten müssen. Den Gravel brauche ich nicht mehr. Gravel. Dann, was brauche ich noch? Ich brauche Holz. Die Stöcke habe ich dabei. Von der Fackel. Was brauche ich denn noch? Ich brauche Repeater. Wie baut man einen Repeater? Re... Repeater. Ach, braucht man... Braucht man Stone dafür? Und Fackeln. Redstone Fackeln. Wo war's? Nein. Stone... Wie war das nochmal? Und Redstone Fackeln. Scheiße. Das ganze Holz verbraten. So, dann baue ich hier schon mal die Repeater. Ich gehe auch nochmal kurz schnell pennen. Weil... Am Tag kann man besser arbeiten. So. Das muss reichen. Das Grund. Dann baue ich mir die ganzen Repeater. Und wenn ich die Repeater habe... Dann mache ich... Ne Ahnung... Dann mache ich einen... Volkstanz. So. Dann habe ich hier Redstone rein. Reicht schon. Jetzt haben wir insgesamt ein paar Repeater. Neue Steckwerden niemals reichen. Das ist... Safe Call. Aber ich kann schon mal folgendes tun. Ich kann schon mal einen Batzen hier reinhauen. Und einen Batzen dort reinhauen. Das müssen ja auch dann reichen an Steinen, die wir brauchen werden. Um alles wieder... Schön aussehen zu lassen halt unten. Mei... Da wird auch... Was kaputt gehen. Höchstwahrscheinlich. Ich fange jetzt mal hier bei unserer Treppe mal an. Bei der Seite. Weil das wird mich... Das wird spaßig werden. Das wird richtig schön spaßig werden. Das wird lustig. Richtig geil wird das werden jetzt. Ich habe keinen Plan, wie ich das mache. Ich habe keinen Plan, wie ich das mache. Ach... Ich muss ja erstmal hier an die Pistons rankommen. Hier muss ich nicht rankommen. Ich habe jetzt an die Pistons ran. Die sollten eigentlich... Zwei in die Richtung. Und dann... Ach, die sind hier, ne? Hier sind die. Alles klar. Gut. Ich muss ja eigentlich bloß eine... Reihe dort lang entlegen. Weißt du was? Ich mache da hier einfach Slaps hin. Ich baue die jetzt gleich. Sonst habe ich dann nur zu viel genervt. So. Slapity Slaps. Sechs Stück müssten reichen zum Bauen. Sechs Stück sollten reichen. Baue ich gleich mal von unten ran. Dann mache ich einfach das Holz weg. Bis zu jener Ebene. Und baue da einfach... Nein, da ran. Nein. Sinnlos ist ein Stone verschwendet. Ah, ich habe mich verklickt. Die haben mich auch weg. Okay. Okay. Let's gucken. Nee, da muss schon ein ganzer Block hin. Passt halt da nicht mehr so ganz so gut. Aber ich... Wenigstens... Man kommt noch rein. Das ist gut. Man weiß halt, dass da dann nicht die Schaltung verläuft. Wahrscheinlich. Aber das ist mir jetzt wirklich... Da muss auch noch etwas ausgehoben werden. Das ganze Seite. Und ich wollte den Eimer mitnehmen. Ja. Klappt wunder gut alles. Ich muss ja meine Fakten setzen. Sonst ist das... Hier ist ein bisschen scheiße. Nichts ausgeleuchtet ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und ich sage, gehe ich hier dann schon mal nach unten. Wie viel muss ich denn nach unten gehen? Ich brauche hier wahrscheinlich schon meinen ersten Repeater schon. Ja. Ich bin schlau. Ich bin der schlauesten Einer. Kann der weg? Der kann weg. Gut. Sehr gut. Hier kann ja eigentlich sogar ein ganzer Block hin. Mach die mal weg. Ich mach hier einfach mal den hin. Ich muss nach unten gehen. 2. Nach unten muss ich gar nicht. Ich muss nach oben. Ich habe alles natürlich wieder. Immer wieder. Ich muss ja nach oben gehen. Stimmt. Und es war ja schon die unterste Ebene. Nach oben muss ich jetzt wie viel gehen? Drei. Drei. Zwei. Drei. Also fünf Stück. Da ist ja dann das Wasser drin, ne? Ja. Also gehe ich hier hoch. Nein. Verdammte Scheiße. Ja. Zulich habe ich mir nur noch eine Hacke gebaut. Okay. Eins. Von hier aus waren es fünf, ne? Da ist zwei. Drei. Also sieben Stück. Von hier aus sieben Stück. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Auf der Höhe müsste es dann eigentlich sein. Und zwar hier. Ach. Auf der Höhe sollte es dann irgendwo sein. Das war zu hoch. Shit. Das war wirklich zu hoch. Okay. Auf dieser Ebene müsste es sein. Jawoll. Passt. Passt wie gewollt. Und nicht gekonnt. Das sind die ersten drei. Da ist noch vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Wie gewollt. Ich muss nur jetzt irgendwo mal einen Repeater reinhauen. Ich weiß noch nicht wo der rein muss. Ich weiß noch nicht wo der rein muss. Theoretisch hier irgendwo hier. Ich weiß noch nicht wo der reinhauen. Genowsst Presse. Es viele knappier. Ich weiß noch nicht so gut hier. Nein! Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hier einen Repeater einbauen soll. Ich kann ja mal was austesten. Und zwar, ich habe noch... Nein! Nicht das! Das! Hau das doch mal an! So, hier! Oh Mann, das ist... Stimmt, das haben wir irgendwie neu gemacht. Dass man... Man muss, glaube ich, das Repeater ranhauen. Alter! Okay, interessant. Ich glaube, doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind so überall Repeater hin. Okay, hier muss noch etwas anderes hin. Wie mache ich das jetzt hier? Oh, muss ich die ganze Treppe nochmal um eins verschieben oder was? Toll! Scheiße! Das hat doch nicht so, wie ich das will! Das ging doch mal, dass man da nicht so viel Scheiße machen muss. Was? Das weiß ich doch noch. Man braucht das hier eigentlich mal nicht. Okay! Okay! Dann muss das gleich hoch... Ach, das muss... Ja, okay! Ich glaube, ich weiß, wo... Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler liegt. Ich habe ihn, glaube ich, jetzt... Ich habe ihn, glaube ich, rausgefunden. Das heißt, ich kann das doch wieder so bauen, wie ich das ursprünglich wollte. Ah! 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 Ich brauche hier wieder... Dann doch das hier. Ich muss nur, glaube ich, noch eins höher. Ich muss das nochmal ganz kurz wegreißen hier. Wenn ich hier rankommen... Jetzt theoretisch... Nein, das war eins zu viel. Jetzt die Fackel ranhauen. Jawoll! Das war aber nur eins zu niedrig. Da oben haben wir jetzt jetzt das Wasser. Das heißt, jetzt kann ich hier wieder... Soja machen. Und dann ist das Wasser nämlich auch dicht. Da fehlt übrigens Gravel. So... Ja... Das war jetzt übrigens dämlich. Wenn das noch eins höher wäre... Hier muss dann ja Wasser hin, ne? Ah, ne. Das muss eh eins hier reingezogen. Eins verzögert werden. Weil das hier sicher so rein muss. Weil da kommt natürlich wieder ein Block hin. Ich hab's... Hab ich's sogar noch? Ich hab's sogar noch Stone. Das ist gut. Ich muss ja mal ein bisschen was ausbessern, weil das sieht nicht schön aus. Da muss noch was hin. Gut. Ja, ich irgendwo dann gleich mal einen Repeater brauchen. Das ist nämlich auch noch. Das ist auch alles viel zu niedrig. Mit einem Repeater wird's mir dann hier unten gehen. Aber ich habe halt hier unten nicht so viel Platz. Darum muss ich ja alles... ... etwas improvisorisch machen. Und das scheint ja auch zu klappen. Also spart mir... Zumal jetzt kann ich mir die ganzen Repeater sparten. Ach, natürlich. Ich bin doch claustrophobisch. Höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt hier was ranhabe. Okay, hier... Hier reicht der Strom. Der Strom reicht auf jeden Fall schon mal für die beiden Sachen. Das ist gut. Aber... Wenn's aber nicht höher geht, brauche ich definitiv einen Repeater. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, hier... Da oben ist Wasser drin. Ja... Ich bin grad etwas verwirrt. Hauptsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hoch muss. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hoch muss. Ich muss auf jeden Fall einiges... Ich muss hier hin. Ich muss hier auf diese Ebene kommen. Dann dürfte es eigentlich schon ausreichen. Gucken, ob ich's hier finde. Okay, ne. Die Pisten sind erst hier. Also... Ich muss noch... hoch. Okay, das wäre die Ebene. Hier muss ich aber jetzt mal einen Repeater reinhauen, sonst wird das nichts werden. Das heißt, hier ein 1 rum verlegen. Repeater... Nein, das brauche ich gerade... Ich brauche gerade die Uhr auf jeden Fall nicht. Ich brauche die Uhr nicht. Hallo. Die brauche ich nicht. So schon. Das Schalter ist ja unten. Das heißt... So müsste es auf jeden Fall passen. So... Das ist genau die Höhe. Da haben wir schon mal... Das fehlen ja nochmal ein paar Seiten. Das fehlen ja nach... Das fehlen ja nach... Das fehlen ja... Wenn ich jetzt gerade hier hoch mache, habe ich erstmal eine Seite von vieren. So, die geht hoch. Das geht auch nach unten. Das ist schön. Die... Gehen nicht ganz hoch. Wenn ich jetzt hier einen Repeater hin mache... Ich muss die von der anderen Seite ran machen. Denke ich zumindest. Das müsste eigentlich etwas werden. Ja... Da muss hier noch eins hoch. Äh... Warum überträgt es das jetzt nicht? Jetzt überträgt es das. Hoffentlich. Ich kann da nicht nach hinten sehen. Ich muss mal kurz wieder alles aufschaufeln. Aber jetzt geht auch alles hoch. Das ist gut. Jetzt geht alles hoch. Oh... Mittelalterliche Musik. So... Hier geht auch alles hoch. Das heißt, das ist schon mal fertig. So... Zwei Etagen von vieren. So... Jetzt kann ich jetzt in die nächste hoch. Noch eins hoch Die Ebene ist es. So gut. Wenn es die Ebene ist, bin ich ein bisschen konzentrierter. Ich weiß auch, ob das stimmt oder nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ah, nein. Nicht da hin. Reicht genau. Jetzt brauche ich dann hier wieder irgendwo einen Repeater. Ich brauche dann wahrscheinlich gleich hier irgendwo einen. Jetzt brauche ich auch gleich hier hin. Dann fehlt noch eine Etage. Zumindest auf einer Seite. Mega Verkabelung. Das ist echt. Aber die Erfüllten einen Zweck, die Verkabelung. Hier auch bin ich. Wo ist jetzt der Kies? Okay, ich bin wie viel gegangen? Ich bin von der Ecke hier zum Kies. Ich muss dann zwei auf jeden Fall in die Richtung. Okay, hier oben bin ich anscheinend noch nicht ganz richtig. Ich bin hier noch nicht ganz richtig. Ich muss glaube ich... Wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich noch eins hoch? Das kann natürlich sein. Hä, wo muss ich hin? Ich bin gerade blöd. Also hier, ne? Eins in die Richtung. Und dann fünfe hoch. Sieben hoch. Okay, eins in die Richtung. Was haben wir hier? Ein bisschen hoch in die Höhe. Ja, toll. Ich habe keine Schaufeln mehr. Jetzt müsste es aber eigentlich reichen, theoretisch. Das ganze Erde-Scheiß. Oh, die Folge ist zu Ende. Ich muss auch beenden. Das heißt, bis zum nächsten Mal und tschüss.